jetzt geht es jetzt zeigte mich wieder an ich bin da hallo willkommen da ist ja world of tanks mal wieder in der reihe im hintergrund ist der mykur oder matthias in einem taktischen gefecht ich habe aber auch schon gesehen dass der bad luck glaube ich online ist also der andré ist auch im gefecht im discord ist aktuell nur der matthias bei mir aber der ist im gefecht deswegen würde ich sagen solange die unterwegs sind dadurch mal eine eigene runde aber parallel kann ich ja schon mal versuchen die einzuladen dann könnt ihr nämlich auch gleich dazu kommen noch mal einladen denn ja genau so ach die center schreibt noch was aber wieder mit dem achter da kann ich ja leider nicht rein was hier ist ja schon da ja ich war bis selber nur gerade in versagte abteilung die du wäsche die der gesprache mit den achten unterwegs ja ok also dann starten schon mal der bad luck ist glaube ich auch noch irgendwie im gefecht unterwegs vielleicht kommt noch dazu also noch nicht im chat er hat auch gar keine lust wer weiß also es gibt was zu tun auf jeden fall wir haben etwa 17 gleich fertig und ja vielleicht schaffen wir heute das bisschen besser mit dem ersten sieg einfahren für die panzer und dann auch auf den vk 30 wieder gehen auf den fünfer so mal gucken wir haben ein bisschen gleich von anfang ein bisschen besser anzustrengen so wir haben eine sechser gefecht das ist natürlich bescheiden auch auf 85 gegen vk 36 01 so nachfolge von meinem vk 30 oder d50 kv 1 ok team match ja ein bisschen wir haben viel mediums und schwein habe ich schon immer und die haben dafür mehr leid macht ihr trotzdem keine großen illusionen was machen wir was ich habe jetzt ehrlich gesagt ich gehe hier in dd spot hier in die zweite reihe ja und mag ich lesen mit alles da so auskommt da bin jetzt mal gespannt ich stehe es mir an da ja so dass es auch schnell bin ja wo ist moin moin zusammen servus ist jetzt leider schon im gefecht drin aber der nächsten und bist ja wieder dabei willkommen auch im live chat ja wir sind auf der lake lake will ja aber da was wie steht es denn bei euch oder fange ich noch mal an oder lieber nicht gerade der shark fange also prinzip her wir sind gerade bei 0 1 kürzer um der paschkotz wir warten ein bisschen ab weil wir sind halt gesagt vierer gegen sechser im norden sind wir dann quasi dahin bei den im bus stauben was so hier passiert sind weil nicht viel nein alles gut so viel bewegt sich auch nicht außer es traut dass ich ja vermutlich hat gar keine augen uns auf mich schon weil ich bin aufgange ich war schon auf aber die haben nicht geschossen aus dahingehend aber noch mal habe ich noch mal glück gehabt ja wir haben da ja eigentlich damit gerechnet habe in der stadt steubert unsere panzer weg ich verleg mich mal etwas weiter und das war auch aber ein thunderbolt der bieten der base stehen aber jeder gut der kv1 ist durch wir sind auch rechts gefallen ja das ist jetzt normal wir sind alle durch dass ich das nächste mal aufs spielfeld geguckt habe stand es auch wieder 2 zu 0 ja das war's arin brauchst du halt nichts machen also so quatsch weil du kannst auch einfach nichts machen geladen geladen der typ hat einen labilen finger der lümmelt uns beide um trinken schlicht ja keine chance hier hast du ja nein nein komm von überall komm von draußen ja T50 hat mich ausgenommen ja vor allem im tal also im westen sind wir gefallen und dann sind die durch vier zu neun großen starken in die stadt rein sind und dann als stadt ist ja dann auch fall also das ist ja wer ist gestorben und dann war natürlich nicht stadt aufer also ich gehe schon mal zurück in die garage ja ich war da nicht mehr wo ist mir das da gucke andere du bist in der garage oder ja jetzt ja jetzt ja ach schon eine einladung angenommen nein nein also so noch nicht ich bin noch im moment auf dem flug dahin aber was ich habe den start angenommen jedenfalls ne ich bin ich schon mal mal gucken hier gut aber es stand auch wieder 0 zu 4 damit geht er kommen das sein ist gut ich habe 86 schaden gemacht wahrscheinlich und das war die zweite runde mit dem ding reicht jetzt wahrscheinlich auch wieder für top 10 was ja auch wieder wärmlich ist aber naja er kann es halt nichts machen so dann wechsle ich mal einfach auf die stück 3b da habe ich 11.000 punkte und ich brauche ja noch ein bisschen habe ich den stück 3g freigeschaltet und die grille dabei noch mal 6 16.000 also dann kann ich noch ein bisschen spiel auf der stück bis ich da auf elite habe so jetzt muss doch doch als hier was aussuchen das ja wendig bin leider wobei das ja die frage ist wie clever das ist mit zwei tds vielleicht gar nicht jetzt sind wir zu dritt jetzt sind wir zu dritt ist sogar noch besser glaube ich mir nicht ganz sicher ja katze ich lass dich rein ja ich wollte sagen du bist so optimalisch ich bin da auch ein bisschen skeptisch hat die katze da hat das nicht zwar auch auf weite sichtweite geskillt aber hat die katze ja auch nicht so wichtig weil hier kannst du eh nicht mal gucken das ist richtig dann bringt das nichts okay aber drei tds der sich hausen so mal hier auf die halbeinsel vorgehen nein ich helade nach Norden ja ja genau will ich auch mit nach da hin schießen Katze ist da mal gucken guck guck kleine Uschi also die matilda hätte extra erhalte müssen zu mir vorbeifahren lassen wir haben wir haben wir haben wir haben im wechsel da schlägt einer vor mir rum du muss eigentlich egal sein das flitzt so schnell ja muss eigentlich egal sein links überwohlen dann haben wir auch mal gekrammelt haha kommen wir denn da hin so guck halt Profahrt bobs das war die Notbremse das Problem ist mit der Stuck ich gehe immer runter von der rechten Maus und dann bin ich dann die Maus ein bisschen bewege dann ändert er sich halt neu aus ne wir hätten so auf jeden Fall die AT aber da können wir natürlich nicht hin schießen die ist hier hinten die AT das ist beim Start stehen geblieben das machen sie ja oft aber da kommen wir eh nicht hin von daher ich habe es ein bisschen meinen Turm über den Berg ist vielleicht den einen anderen Spotter hier auch nichts ich weiß gar nicht wo unser Leid ist also der steward das wissen wir wo der ist der rote der war da ach so unser ist vielleicht auch schon der Garage ich sehe doch schon wieder fünf Tote wunderbar ja aber mir hat gar kein Leid nur nicht für uns vielleicht haben wir nie einen gehabt das kann sein richtig richtig so wie es aussieht haben wir nie einen einziger Cup ja er hat das Spiel ausgelesen ich habe wirklich drüber nachgedacht meine eigenen steward mitzubringen damit wir noch ein Light Tank haben und nicht nur drei TDs aber aber habe mich dann dagegen entschieden so angreifen fahren brauchst du nicht Stefan weil du wirst nicht durch Kämpfe wir werden jetzt eh gleich erleben die kommen ja alle bei uns an der Basis an oder werden überhaupt fahren vielleicht doch zu dritt vor aber im Endeffekt hat er ja vorne vielleicht oder hier ist auch noch ein Ziel bei dem Meister mit der schwarzen Krämpfe geladen ja es sind die mächtige Panzerung über dem Schritt da bin ich dann hängeliehen geladen ja gut der zweite Treffer war gut genug geladen schön damit habe ich schon mal 30% unserer Kills aber das ich ahne das reicht auch noch für nix ja der 5er TD ist aber auch ich habe bloß eine Eckefahre keine Zeit ja auf jeden Fall zumal jetzt ist ja eine Mathilde raus bei uns wenn wir uns zurückziehen ja absolut ich will da noch ein bisschen schießen in dieser Runde na dann ziehen wir uns zurück sie müsste jetzt nicht mitkommen ich weiß jetzt nicht doch wir kommen wir dann mit ob das viel mehr bringt aber vor allem glaube ich nicht dass ihr jetzt durch Angriff gewinnen werdet und von daher nee nee ich will lieber nochmal zweimal treffen und dann wenn man 3 zu 9 braucht ich eine mehr aktive angrefe weil ich leider die Hoffnung auf die top zu sehen ergebnis und dann der hausbote fack play play doch selber und sei doch nicht tot was sind mit denen los mit einer matilda tot ja gut das ist natürlich so das ist ja das was uns dann auch gleich noch droht aber ich bin ja noch tot zum Glück ne noch nicht überhaupt mal zwei Minuten ab und gleich der Stuart wenn er Pech hat dann kann der nämlich so sein wirst du sechste das war böse wer kommt denn wirklich und wird immer größer im Visier und dann drückt ich über den Mausknopf das ist ja auch nicht so schwierig da werde ich jetzt in dauernd zum Bauen zugezwungen hinter uns hinter uns hinter uns sehr gut ja das war jetzt noch für meine genau ja der ist die ganze stabil vor allem mal diese rutsche Kanone die haut mal einen Schlag rein ja was ist Stefan lebt noch ja einen hab ich noch ich will grad sagen ich kann mich noch ausnehmen können also ich glaube ich sag's so ich hab mehr schade gemacht als die HP und das reicht mir ja stimmt habe ich auch 421 zu 400 die habe ich nicht mal 400 die habe ich nicht mal 200 Schaden das heißt ich hab die Reste weggeklappt weggeknappert aber das macht nichts ja wir haben ja nur die Spaßbremse am Schluss kriegt moin moin danke für dein vor elf Stunden zeig mir äh bitte an so ah was habe ich wirkungsfeuer wieder mal teamauswertung ja auch also vom Schaden her auf Platz 6 von Erfahrung her sogar auf Platz 5 also war nicht so schlecht das Team hat ja einfach nicht mehr ermöglicht oder die Position wo wir waren das ist richtig hätten ja vielleicht mehr angreifen müssen aber ich bin da auch im Zweifel mit dem TTE nachdem waren ja schon so viele tot sehr früh und wir wussten das wies man dann halt einfach nicht dann würde ich doch gleich mal sagen da fällt mir nur eine Taste ein und da ist die bereit taste ah die zwei Panzergaben eben lecker aber das macht ja nichts hört sich da gut an ah ja die Dude oder sagen wir Dude ne weil ich doch einfach mal da darfst du auch gerne mal mitfahren zum Beispiel heute haben wir Freitag ja morgen ah ne weiß ich gar nicht habe ich morgen schon jemand versprochen das ist ja mal mitfahren darf nicht dass die Enttäuschung zu groß weil da musst du schon machen finde ich ja einfach schön auf Discord nochmal reinschreiben empfehle ich immer dann habe ich es auf dem Schirm ich bin auch nur ein Panzerkommandeur hier das stimmt so wo bewegen wir uns hin rechts um also die A-Linie ich bleibe in der Mitte beim Bahngleis also die Linie klingt gut die Bahn entlang einfach und je nachdem wo Ziele auf mir irgendwo doch bei der Brücke aufsteller die Westseite fahren die Westseite fahren die Westseite fahren die Westseite fahren ne der Fluss auf jeden Fall das würde ich dann auch sagen wobei die Westseite fahren das ist Ich werde ihn da. da kommen jetzt eine hoch haben alle nicht beschossen werden hier irgendwie ja moment sozusagen der kv 1 der rote dann muss das so umzingelt sein dass ich auf der mini map das kann für ihn eigentlich nicht gut sein ja vielleicht über querrieder fluss jetzt dann doch demnächst aber da sind die da irgendwie ich habe dafür zu viel gegenstände w4 kann ich aber stefan vorsicht wenn du auch wäre welcher etwas zurück etwas entdeckung jetzt kommen die gleich hoch geladen geladen hat steht auf die schieße da oben ok sehr gut alle noch irgendwie versteckt sie wollen zurückziehen und da habe ich dann die chance auszunehmen genau die position da unten ist ganz schlecht du bist aufgegangen es ist nur ja die denken nicht dass die der auf die jetzt gerade schieße wird ja aber ich habe trotzdem jetzt wirklich mal ein bisschen wieder zurück verlegt wo ich dann fels auf der seite habe das glaubst du was der anstellt dann nehmen auch die gute nachmarie oh nein ich bin von der brücke gefallen alles gut das muss man üben ich wollte zu viel runter von der brücke in das gebüsch und dann war mein erstle aber noch nicht ganz auf der insel drauf du und dann hat mich das gewicht runter gezogen euch ist peinlich gut er ist passiert Mist 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 gut ich spiele seit Anfang April also quasi wenn du meine Videos gesehen hast da wo das erste Video rauskommt paar Tage davor habe ich mich eingeloggt gehabt und dann Video hochgeladen ich finde sogar mein erstes Teil ja noch wirklich von diesem allerersten Login wo man diese Anfangsszenarios mitmachen muss da wo man gefühlt stundenlang Zeit hat bis man mal den Panzer mal trifft und die nicht zurückschießen also die diese Einführungsmission ist echt für Blinde ob ist denn bloß noch vier da und ich hätte eigentlich kurz gehofft bei der Überzahl an da unten mit dem kv1 dass wir die Insel schaffen aber wahrscheinlich das Problem ist zwar nicht immer wenn du so offene Ziele anfährst dass du aus allen möglichen Richtungen vom Gegner beschossen worden bist denn die haben wir im Moment noch eine höhere Anzahl an Fahrzeugen und deswegen sind die wahrscheinlich noch genügend weit verteilt ja also Dude mir macht das Spiel Spaß ich weiß nicht wie es für war deswegen kann ich nicht beurteilen ob World of Things jetzt besser oder schlechter ist aber du hast schon recht so wie jetzt wieder mit Zug seitdem ich den Zug fahre macht es mir schon mehr Spaß dann leidet man gemeinsam man ärgert sich gemeinsam man siegt gemeinsam und somit ist es nicht schlimm aber wenn man halt alleine spielt und dann wirklich für drei vier Schächte verliert das ist dann wirklich frustrierend muss innerlich stark sein dann zeigen dass du es wirklich willst ja 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 das geht natürlich ich habe die abgelenkt ich habe mich quasi ins Wasser geschmissen um die abzulenken die waren die 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 nachher muss dann der helfer die über die ganze karte fahren um den reifen wieder einzusammeln und er ist immer noch vor dem panzer drinnen immer schön spazieren fahren jetzt ist er weg also ich bin ja quasi gott süchtig deswegen habe ich mehr rein angefangen und die habe ich auf vier gebracht die nationen also sowjet deutsch französisch und britisch und amerikanisch die französische linie ist noch relativ am anfang weil da habe ich ein kollege mit dem ich eigentlich immer freitag stream mit dabei heute belegt ist besetzt ist mit dem habe ich auch noch mal von vorne angefangen und dahingehend habe ich ganz gleich mal zeigen in der garage welche ich habe wenn der kampf hier mal beendet wird so sieht sieht also aus als ob der amx 40 besuch bekommt und sich halt schwierig ob der amx 40 mit dem amx 13 ob die einen zu mir rausnehmen können akv 1 hat umgedreht so kann der jetzt hier schön keppen und dann müssen sie nämlich auch entscheiden an den cap rein oder was für mich empfohlen worden ehrlich gesagt kann ich mir den namen gar nicht merken also es gibt natürlich die heavies wo ich jetzt quasi richtung die briten gehe also nachdem ich die matilda jetzt habe richtung churchill t1 heavy ist was wo ich sagt also jetzt quasi als nächste stufe jetzt nicht auf die 10 reihe weil jetzt immer noch zu weit weg natürlich die grille als arti weil bisher habe ich nur eine arti aus aus premium fahrzeug oder oder so so glaube ich mit das habe ich geholt sammelfahrzeug nicht mehr fahrzeug aber ich zeige ich dir gleich aber mein ziel ist ja eh irgendwann mal gefühlt in zehn jahren alle zu besitzen alle standard tech trees noch spiele ich free to play das heißt ich habe noch keinen cent reingesteckt wenn dann habe ich immer die gewonnenen premium zeiten und zockt damit so jetzt haben wir doch gewonnen also hat das super geklärt ablenkung das war genau das worauf wir gewartet haben ist ja nicht so dass ich noch den einen punkt hätte holen können das passt aber auch wirklich gut ins bild das gefällt mir ich bin ja gar nicht letzter ich halte es waren doch ich habe den bt 7 habe ich aus mensch hätte wahrscheinlich hier 5000 punkte geholt wenn ich nichts was so also battle pass habe jetzt auch wieder zum beispiel wenn du 100 schaden mehr gemacht hättest dann bist du bei dem arti 2 dann bist du genau hinter mehr hast du halt 100 punkte mehr an xp also kannst du auch nicht viel verkaufen das fand ich ja mal ein bisschen gemeint dass wir nicht so linear aufgebaut dass du die xp christi xp verteilung funktioniert ja auch ein bisschen anders das ist deutlich komplexer aber die panzer ja verschiedene rollen haben dann müssen die verschiedene sachen machen wo du die halt die massen christi punkte halt nicht ich sehe das spiel und habe ich erhalten belohnung habe ich erhalten sagt schon diese ausbildungsbroschüre aber eine offene also kann ich überall einsetzen muss überlegen denn in der fünf reihe dass ich da was macht so jetzt mal gucken habe ich denn hier kann ich denn irgendwas hier wollen kaufen ich glaube ich wirtschaftlich bin bei noch gar nichts genau und dann hier sammlerfahrzeug wieder gut ist nicht ok gut also noch mal kurz ein überblick für dude das sind hier so meine vierer der lux die stuq 3b natürlich bt7 t6 die matilda panzer 3j die selbstfahrer fette 4b t28 und der m8 a1 m8 a1 ist auch der nette mit dem ich auch einen panzer gemacht habe weiß ob du das schon gesehen hast ja das klingt nach dem plan genau so dann wechsel ich mal das fahrzeug wieder zurück auf den 3j weil ich möchte mit dem den tagessieg ja noch einholen jetzt meine kameraden was macht ihr mx 40 wird mal den ich habe ich mal neu lackiert das ist so aus schick aber ich sehe euch gar nicht mehr seitdem ich den mod habe ok wenn ich pro mod benutze sehe ich euch gar nicht hier in meiner garage ja das sind diese mods die dann gegenseitige von manchmal auch einige funktionen aushebeln ja das mal mit spencer und terence durch die ja lux ist schon eine maschine aber ich habe jetzt nicht die das magazin drauf sondern ich habe die kanone jetzt weiß ich nicht wie die heißt aber also eher für die distanz die 45 mm glaube ich genau und schon das musst du ja auch erst mal schaffen das ding jede runde effektiv einzusetzen das geht vermutlich auch nicht ja das ist auch richtig moin moin ihr tippser schreibt der andreas servus bartmensch 74 jetzt sind wir unter druck jetzt sind wir unter beobachtung jetzt 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 ist die coole zeit vorbei jetzt kommt professor doktor watt hochsession hast du selber geboxt oder am pc ich vermute mal eher selber geboxt so wie fahren wir wollen wir den matthias irgendwie unterstützen warum damit du nicht alleine rumstehst ey Mensch ich stelle mich irgendwo da oben ab da steht eine grüne ente Joachim somo jetzt machen kann vermutlich nix vermutlich nix sex kornpanzter habe ich vorhin auch einige runden noch gespielt ich brauchte noch battle pass punkte um den feld Wien machen ok oaa respekt die haben wir genügend sind das ist im getriebe der panzer 3j hat es aber gut vor wo möchte er denn hin so schnell ich weiß es noch nicht ich bin verloren dass ich noch besser zu wissen was auf der in der stadt irgendwo der leidke es ist ja 3j bestimmt zu weit hinten oder der muss natürlich hier irgendwie drauf achten was macht der st ich bin hier in aber nicht das heißt es sind alles so dass ich sie sehen kann aber sie mich eigentlich nicht genau der bt 7 hat keine sichtweite das heißt die sehen mich nicht also mit dem da oben der rote 3j aber der ist ja mit einem gebirge ich man glaube ich nie ein schuss drauf von hier wenn ich die karte genau anguckt dann geht das auch nicht und geht das auch nicht die hat angst kriegt das vor allem auch nicht ja und der aec das ist der radpanzer aus england ja so toll ist er halt auch nicht deshalb kommen schneller als ein kettenpanzer von daher bringt das auch nichts und 4b erfährt einer erde also noch nicht im gebirge wenn er noch weiter links rauskommt dann zieht mich mal lieber schon mal ein super schluss sie ist sehr gekettet bist du und ist auch ein mauer treffer gut sind wie zum hohen treffe ich ihn noch mal das wurde schon deutlich besser noch ausgenommen aus der entfernung zu mir aber war auch leider null nichts gemacht gerade eben auch gesehen aber ich konnte nicht mehr schießen und dann wurde unsichtbar wir haben hier natürlich ein problem der rote variant der ist hier gleich kurz davor in unsere basis zu fahren der luchs kann ihn im moment nicht sehen das kann ich mir auch gut vorstellen woran das liegt er ist immer noch da okay ich hätte jetzt gedacht er ist schon weiter vorgerückt aber das ist dann nicht möchte ich aber trotzdem gerne davon aufhalten dass wir hier nicht bei uns in der basis rum noch mal rausnehmen können das gute ja ich habe nur 37 schuss gold munition und 40 normal wahrscheinlich kann ich gar nicht so oft schießen die nachladezeit einfach weil die spielzeit einfach gar nicht mehr lang genug hallo sender bts die war hier ist es aber von euch wissen das ist doch der tat aus riesengroß eingetragen der zweck mal kurz sonst kommt ja nämlich hier hoch kommt schon geladen 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 du war einfach ab hätte ich jetzt gesagt wahrscheinlich kuschelt der mit dir da ne er hat mein geschütz kaputt macht der arsch er hat mit kanonen kaputt macht sonst hätte ich aufm schießen können geladen das ist ja irgendwie bin ich mit dem preis gefahren ist haben wir auch zwei minuten gekostet also jetzt geht es weiter ein scheiß hier naja aber es läuft doch gar nicht schlecht ja nö ich glaube auch noch nicht mehr kann ja wobei diese mc der kann fies der kann uns ja nicht noch alle rausschießen der sind elite mäßig ist ja auch gut drauf ja trotzdem siehst du das was mit dem vk 30 mit cap und im grunde brauchen wir noch alle einzelnen aneinander auftauchen denn er schießt der ein nach dem anderen das glaube ich schon von unserer grille hat nix drauf wie mir erschienen ja der sieht auch nichts los hier level noch da können die artillerien immer relativ wenig naja und der hat auch der schufe 16 an erfahrung also da muss man auch nichts erwarten dass der da hinten noch steht das glaube ich schon ne ich hab's nicht aktiviert wie kann man das aktivieren ach so jetzt siehst du die der die resten punkte ab und sagen hier werde ich's zeigen Marder 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 Geh doch einfach drauf was ist mit dir falsch da hinten Wie soll ich das dem dicken beibringen der reißt mir mindestens die Ohren nach Marder Marder deswegen aber gedacht ist absolut super da habe ich noch dreimal die tarnung gibt's was irgendwann gab sie relativ frisch jetzt aber die tarnung auf der torte ist dann wäre es richtig ja absolut oder auf der t95 das spielt letzten endest dann auch nicht mehr die roll die schlangen und wo muss ich das machen schildkröter tarnung auf der schildkröte abend tue ich sie tatsächlich auch hier wieder abgenommen hier das diesmal war meine pfanzerung auch noch gar nicht so bei uns wie sie auch sein kann aber okay kapitel und dann kannst du das tatsächlich noch das okay an fest spezial ist jetzt aktiv was machst du willst die commander holen aber ich dachte du hast sowieso noch welche oder hast du keine mehr auf lager doch doch habe ich aber wenn sie spezielle kapitel ist dann machen wir das ja da kann ich ja nur zwei kommandanten ich hätte jetzt vor allem gedacht du bist hinter den fahrzeugen hinterher damit du was zum fahren hast ja das ist auch mal dass wir auch extra sind ja deswegen habe ich habe ich mich heute eben entschieden diese commander nicht zu nehmen und weil ich ja panzer haben will also wie gesagt muss ja jeder selbst es geht ja bloß noch 16 tage dann ist ja vorbei stimmt ja deswegen wenn ich habe ich ja den vorteil ich kann ja sagen wenn stand der hat mich dahin gelotzt und nichts was das stimmt das kannst du genau ich bin ja an nichts schuld ich bin ja nicht schuld ist immer die anderen das ist so ja wo wieso läuft jetzt auch war das 5 auf ich glaube ich glaube ihr seid überall hätte ich jetzt gesagt andreas 15 oder sowas gibt es in mir schönen tolles also nationen was habe ich da jetzt hier tolle punkte bekommen erste stelle deutschland das schön habe ich doch schon alle irgendwie und bis auf doch länger mich hätte das immer wieder zahlen ja erscheinen ja dann sieht so aus als ob man das doch gewonnen hätte das lassen wir uns aber auch nicht mehr wegnehmen hier genau was habe ich jetzt bekommen 593 ist okay ein ausgenommen plus in euro sehr schön und ist ja noch nicht so dann gehe ich doch noch mal wieder auf die stück weil ich da einfach noch mal ein sieg brauche um erste fahrzeug frei zu nehmen die stück 3g guten abend tomo franconia servus bad luck blitzig was er nehmen soll möglichkeiten gibt es ja die 76 so und matthias im dieser und nicht die stu stu sah könnte auch in einem chinesischen film noch zu schütt da